Moin Leute was geht ab herzlich willkommen zu den neuen fortnite video auf meinem kanal und zwar ja leute in diesem video bin ich und FadedHD auf einer map wo ich euch jetzt mal die mapcode hier in die videobeschreibung packen werde leute ja wir sind auf so einer map out of map geglitscht in fortnite im neuen creative mode also es ist so eine das seht ihr jetzt im hintergrund das war eigentlich so eine auto rennen map aber da gab es am ende von der rennstrecke gab es da flugzeuge wo man halt mit fliegen konnte und ich und Faded ja wir haben uns einfach so ein flugzeug geschnappt und und einfach so weit geflogen wie es ging also wir sind hinter die ganzen berge geflogen die man im hintergrund im kreativ modus immer sieht und ja leute wie das aussieht das seht ihr jetzt hier im video und ich möchte ich wünsche euch viel spaß hier beim video und checkt gerne FadedHD deinen kanal ab leute und nicht zu vergessen mein discord server link dazu ist in der videobeschreibung haut rein und viel spaß und 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.